Hallo liebe Freunde meines Kanals. Mein heutiges Video wird nichts Großes sein, sondern ein kleiner, aber vielleicht ganz cooler Tipp, den viele von euch wahrscheinlich noch nicht kennen, nämlich, dass man mit der Synology super YouTube-Videos lokal aufzeichnen kann. So kann man zum Beispiel ganz bequem eine kleine Bibliothek aufbauen von Videos, die man ganz toll findet, zum Beispiel von Meilen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Erst aber noch, wie üblich jetzt, mein kleiner Plug für unseren neuen Kanal, Listen J Doing Live. Link ist hier in der Karte. Da zeigen wir im Prinzip, wie wir leben, was wir tun und was uns so bewegt in unserem Umfeld, vor allen Dingen jetzt gerade in Italien. Der Jahreszeit geschuldet ist das im Wesentlichen natürlich Kochen, Essen und Einkaufen. Hin und wieder auch mal eine kleine Wanderung oder ein paar nette Aufnahmen von unseren Hunden. Wen das interessiert, der ist willkommen, drüben reinzuschauen, wie gesagt. Und wäre klasse, wenn ihr unseren neuen Kanal abonnieren würdet oder ihr Like dalassen würdet. Und wenn ihr das weitersagen würdet, wäre es natürlich doppelt nett. Also, wer Spaß an solchen Sachen hat, schaut mal einfach rein. So, aber jetzt zum eigentlichen Video, wo ich euch zeige, wie man mit Synology Mitteln, DSM Mitteln genauer gesagt, die YouTube Videos elegant aufzeichnen und auch wiedergeben kann. Ja, auf der Synology Seite brauchen wir natürlich ein paar Sachen, um das zu machen. Aber das ist alles vorhanden. Man muss sich hier überhaupt nicht mit Docker oder sonstigen Sachen rumplagen. Man geht einfach hier auf Package Center. Und als erstes brauchen wir die Download Station. Da geht ihr einfach wie üblich hier in dieses Suchfeld, tippt ein Download. Download, Download und da kommt dann schon die Download Station. Könnt ihr gleich installieren. Und als nächstes, falls ihr das auch noch nicht installiert habt, würde ich empfehlen, die Video Station zu installieren. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Synology eigene Art von Plex, wenn man so will. Kann nicht ganz so viel, aber ist eigentlich für das meiste komplett ausreichend. Und das verwenden wir dann auch gleich, um unsere Videos dann zu streamen. Also auch hier am besten gleich mal auf Install hauen und schon läuft die ganze Geschichte. Ihr seht, es wird runtergeladen und dann passiert eben das Übliche. Und wie bei all diesen Synology Packages üblich, ist die Installation und das Update, und auch wenn man es wieder loswerden will, echt super gelöst. So, und jetzt passiert hier Installing. Wir können zwischenzeitlich auf Installed gehen. Aha, das SMB-Service braucht noch später ein Update. Könnt ihr dann auch alles gleich machen. Und ja, da seht ihr, dass die Video Station gerade installiert wird. Warten wir noch den Moment ab, bis das Ding anzeigt, dass es läuft. Und ja, schon passiert. Und hier ist auch so ein kleines Pop-Up. Seht ihr hier auch Video Station, Download Station haben wir gerade gemacht. Gut, machen wir das mal hier zu und gehen rüber auf unser Hauptmenü. Und jetzt rufen wir als erstes mal die Download Station auf. Genau. Wir müssen jetzt als erstes einen Zielfolder anlegen, wohin die Download Station ihr ganzes Zeug überhaupt hinbuxieren soll. Da sage ich jetzt mal OK. Und wir können jetzt zum Beispiel in unseren Dokumenten oder unter Video oder sonst irgendwas, können wir einen Folder erzeugen. Machen wir das einfach mal. YouTube. Genau, so machen wir das. Und jetzt haben wir hier unterhalb von Video einen YouTube-Folder. OK. Machen wir hier Select. Der Name ist Schall und Rauch. Ja, das kann man auch später wieder umbenennen. Alles kein Problem. So. Was machen wir jetzt? Als erstes wollen wir natürlich mal schauen, dass wir mal eins von unseren tollsten Videos runterladen. Dafür wechsle ich mal einfach schnell den Browser. So, gehen wir auf Chrome. Hier habt ihr meinen Kanal und mein bestes oder eins von meinen besseren Videos ist natürlich der Nginx Proxy Manager. Das ist eins der neuesten. Da kriegt ihr rechts drauf und sagt einfach Copy Link Address oder was eben in eurem Betriebssystem, in eurem Webbrowser eben das entsprechende ist. Und dann geht ihr wieder zurück auf eure Download Station, klickt auf Plus und hier erscheint dann die Destination. Kann man auswählen. Kann man auch, ja, was ändern. Kein Problem. Wir lassen das mal so. Und dann geht ihr auf Enter URL. Und da macht ihr jetzt einfach Control V oder Command V, je nachdem auf welcher Plattform ihr seid. Und da sollte dann eben dieser Link dann erscheinen. Welcher auch das auch immer so ist. Und ihr braucht jetzt natürlich für YouTube keine Authentifizierung. Aber falls das notwendig sein sollte und ihr vom FTP Service runterladen wollt, dann halt so. Aber wir sprechen jetzt konkret über YouTube. Und jetzt kann es sein, dass wir hier einen Dialog bekommen. Aber das werden wir auch gleich sehen. Und ich klicke hier mal auf OK. Und ja, vom Prinzip her sollte das eigentlich auch gleich anfangen zu ticken. Und ihr seht hier den Status Downloading. Ihr könnt dann auch verfolgen, wie schnell das abläuft. Ihr könnt auch zeitgesteuert Sachen runterladen. Das heißt also, ihr könnt euch das Ganze so zusammenbauen, dass das irgendwann mal in der Nachtzeit passiert, wenn eure Besten eben nicht die Bandbreite wegsaugen. Oder ihr es von denen wegsaugt, je nachdem. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das dann macht. So. Der Progress ist momentan nicht ganz so toll. Aber das kann daran liegen, dass meine bessere Hälfte gerade auch was runterlädt. Ich sorge mal dafür, dass das Zeug ankommt. Und dann zeige ich euch, wie man das Ganze dann in der Synology Video Station wieder abspielt und dahin streamt, wo man es gerne haben will. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich zwischenzeitlich auch ein bisschen die Geduld verloren mit dem großen Video und habe ein kleineres runtergeladen. Tatsache ist, dass es einfach an YouTube blickt, die feststellen, dass dann Download stattfindet und dann wird eben die Geschwindigkeit gedrosselt. Ein bisschen schade, aber ihr braucht halt wirklich keinen zusätzlichen YouTube Downloader, die es ja auch wie es an mir natürlich gibt. Kann man natürlich auch verwenden, aber hier geht es natürlich darum, eben Synology zu verwenden. Und dann macht es eben auch doppelt Sinn, dass man seine Downloads auch in einen Schedule reinpackt, also in einen Zeitplan. Und dann ist es ja auch wurscht, wie lange das dauert. Dann kann das ja über Nacht laufen und dann habt ihr eure Sachen am anderen Morgen parat. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Ihr geht also hier unten auf dieses Zahnrad mit Settings. Und dann gibt es hier unter General diesen Punkt Download Schedule. Und normalerweise steht das hier auf Immediate, also sofort. Und ansonsten könnt ihr hier einen Advanced Schedule einrichten. Das ist genauso, funktioniert genauso wie das, wenn ihr euer Backup einrichtet und da auch einen Zeitplan einstellt. Dann klickt ihr einfach auf Schedule Plan. Ne, dann könnt ihr natürlich eben hier so sagen, wann Downloads stattfinden dürfen. Und im Prinzip ist es einfach so, dass erst mal alle Uhrzeiten und alle Wochentage dafür erlaubt sind. Und wenn ihr was ausblenden wollt, dann klickt ihr einfach da drauf und fahrt hier runter mit der Maus. Und dann könnt ihr zum Beispiel eure Abendstunden dafür blocken. Sagen wir mal so, ihr kommt um 18 Uhr nach Hause, wollt ihr eben euer Internet verwenden. Und dann eben bis morgens darf das Ding dann rotieren um 8 Uhr. Ihr seid ja, ihr arbeitet ja remote, so wie ich. Ist ja klar, wir arbeiten ja alle remote seit Corona. Wir fangen um 8 Uhr schön an. Ja, also dann muss dann eben die Sache auch parat stehen. Und dann darf das Ding über Mittag meinetwegen dann rödeln. Und dann brauchen wir den ganzen Nachmittag frei für uns selbst. Und den Abend natürlich auch. Und dann haben wir jetzt praktisch dann 8 Stunden, wo das Ding rumtröten kann. So, damit haben wir im Prinzip unseren Plan eingerichtet. Wir können natürlich auch alternative Geschwindigkeitseinstellungen dann vornehmen. Und dann erscheinen die Sachen halt hier in gelb. Auch eine schöne Sache. Aber ich denke, an oder aus ist erst mal für jetzt das Interessanteste. Ich klicke mal hier auf OK und wir haben jetzt unseren Plan. Den könnt ihr natürlich jederzeit wieder umstoßen. Wieder zurückgehen auf Immediately, also auf sofort. Oder ihr könnt dann euren Plan weiter bearbeiten. So ist das eben. Gute Sache, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, ob andere Scheduler oder andere Download-Dinge das auch können. Ist ja auch eigentlich egal. Weil ich habe es euch jetzt mal gezeigt. Hier gibt es noch ein paar andere Einstellungen, wo ihr diesen Destination-Folder auch ändern könnt. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, hier noch Einfluss zu nehmen. OK. Don't save. Alles in Ordnung. Ich habe jetzt hier ein Beispiel runtergeladen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze mit der Video Station verknüpft. Ich gehe jetzt hier auf mein Hauptmenü. Und wir haben ja vorhin die Video Station installiert. Und klickt mal hier drauf. Es öffnet sich ein neues Fenster. Und da ich das Ganze ganz frisch installiert habe, kommen jetzt diese ganzen Pop-Ups. Feature-Updates und so weiter und so weiter. Alles in Ordnung. Ich sage mal, got it. Ich kann mich dann später drum kümmern. Hier gibt es eine kurze Einführung. Ich kann mal hier auf Skip gehen. Gut. Jetzt wollen wir unsere YouTube-Downloads ja in irgendeinem von dieser Libraries dann wieder vorfinden. Und ich gehe jetzt hier mal auf TV-Show. Klicke auf Plus und kann hier jetzt einen Video-Folder hinzufügen. Ich klicke auf Select Video. Und YouTube ist genau das, was wir suchen. Ich sage hier Select. Library ist in Ordnung. TV-Show meinetwegen. Man kann ja auch eigene Libraries anlegen. Und ja, dann klicke ich hier mal auf OK. Und nach einiger Zeit sollte eigentlich hier unter TV-Show mein Zeug dann auch auftauchen. Indexing ist durch. Und hier ist mein YouTube-Video. Leider halt ohne Thumbnail. Aber macht ja nichts. Und ich klicke da mal drauf. Aha. Ich habe hier ein Thumbnail, was es sich selbst ausgesucht hat. Und ich klicke hier mal drauf und spiele das ab. Hallo liebe Freunde. Da ist er. Heute ein relativ kurzes Video zu etwas, was nicht Serverartiges ist, sondern eine... Der Typ hat das gleiche Hemd an wie ich. Video Station ist übrigens auch ein relativ ausgefeiltes Tool. Denn es kann natürlich auch an bestimmte Ziele streamen, die sich hier im Netzwerk zum Beispiel anbieten. Dafür kann ich hier auf dieses Zahnrad klicken. Und unter Player finde ich die verschiedenen Computer oder Bildschirme, die sich hier anbieten. Bei Apple nennt sich das Airplay. Ich weiß nicht, ob ihr das auch vorfindet auf einer Windows-Plattform. Könnt ihr mal unten reinschreiben, ob das bei euch funktioniert unter Windows. Aber auf Apple in der Apple-Landschaft hat man das halt hier über Airplay zur Verfügung. Schicke Sache, wie ich finde. Und da kann ich das irgendwo hin streamen in meinem Netzwerk. Thema YouTube-Download-Geschwindigkeit. Vielleicht habt ihr da auch ähnliche Erfahrungen. Vielleicht habt ihr auch einen Workaround gefunden. Zwischenzeitlich lasst einfach einen kurzen Kommentar unter dem Video, wenn ihr da einen Tipp habt, wie man diese Download-Geschwindigkeit beschleunigen kann. Ansonsten bringt mich das jetzt auch zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und es hat wenigstens Spaß gemacht, zuzuschauen. In beiden Fällen würde ich mich über euer Like riesig freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und dann am besten auch gleich auf die Glocke klicken, denn dann verpasst ihr keins von meinen zukünftigen Videos. Für heute aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!